Hier ist ja allerlei los hier, muss ich schon sagen, aber mir fehlt natürlich eine Appellation, unser Lasso ist nicht da, also ich habe gehört, als sichere Quelle, der ist bei Leeds United in England, ich hoffe, dass das klappt, dass der Junge Fußball spielen kann, also das geht ja nicht nur um Geld hier beim HSV oder auch in der Fußballszene, das geht ja auch um Fußballspielen, der Junge will spielen, der passt hier nicht mehr rein, so ist er, der Trainer will ihn nicht oder kann ihn nicht oder machen ihn nicht oder was weiß ich, wie auch immer, ich freue mich für ihn, wenn er das klappt, in Leeds in England, da passt er auch hin, oder werden sich noch viele Leute wundern, was er für Tore macht in England, da bin ich felsenfest von überzogen. So, das ist mein Fazit, ein bisschen zu Pair, ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen mit Pair, ich kann auf solche Mittelstürme, Koppersstag und er hat auch einen Hammer, alles klar, guti, tschüssi, noch, da war ein kleines Video am Rande, das habe ich gehört, hoffentlich klappt das bei Leeds, alles klar, tschüssi, tschüss.